Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu dem Spiel State of Survival. Das ist jetzt ein spontanes Video, denn ich habe mich gerade entschieden bei Krieg der Staaten State vs. State nächste Woche mal wieder mitzumachen. Dazu gibt es schon eine detaillierte Videoserie von den einzelnen Tagen vom Oktober. Da könnt ihr gerne mal in meiner Playlist State of Survival reinschauen. Ich möchte euch jetzt einfach mal zeigen, was habe ich an Ressourcen und Materialien alles gesammelt, um hier ein paar Punkte zu machen, damit ihr mal sehen könnt, was kann man erreichen, damit ihr so einen Richtwert habt. Wir sind auf der linken Seite, Start 21 und wir treten an, diesmal gegen Start 73. Zu dem Namen sage ich jetzt mal nichts. Ich werde diesmal nicht dazu kommen, jeden Tag ein Video zu machen. Ich habe ein bisschen was zu tun die Woche. Es wird daher ein Abschlussvideo noch geben, welches Level ich denn erreicht habe. Wird es wieder Platz 1? Schauen wir uns mal an. Letztes Mal war es der Fall. Könnte klappen. Ich habe diesmal aber nicht ganz so viel gesammelt. Schauen wir mal. Los geht's. Der Rucksack ist geöffnet und wir schauen uns mal an, was sich da schönes angesammelt hat. Ein Hinweis noch. Ja, ich habe Geld in das Spiel gesteckt, um hier ein bisschen mehr zu haben. Das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Es ist ein Free-to-Play-Gate, wo man mit Geld sich bessere Werte holen kann. Und ich möchte euch gute Videos liefern, wo ihr auch ein bisschen was sehen könnt. Und dazu gehört es auch, dass ich euch mal zeige, was möglich wäre. Natürlich müsst ihr da kein Geld für ausgeben. Das ist völlig euch überlassen. Wisst ihr ja auch. Ihr habt ja die AGBs hoffentlich auch alle gelesen, als ihr das Spiel installiert habt. Am besten gehen wir links mal die Rubriken durch, dass es ein bisschen besser gefiltert hat. Starten wir mal bei Ressourcen. Ich habe also genügend Bio-Caps, um bei Ressourcen wieder ordentlich die Glücksscheibe zu drehen und mir Heldenfragmente zu holen. Das ist schon mal gut. Und ich habe auch genug Plasma, um mich komplett mit drei Sternen zu versorgen. Das heißt, alle Gebäude mit Plasma zu versorgen, sodass ich auch die Truppen alle auf drei Stufen habe. Ich hoffe, meine Beschleuniger reichen dafür aus. Gucken wir mal rein. Genau, das sind die Gebäudebeschleuniger, 700 Stück. Ich hoffe, es reicht. Ich habe sie nicht durchgerechnet. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Beim Krieg der Staaten gibt es ja auch einen Tag, wo man für Truppentraining-Boot-Punkte bekommt. Und da habe ich hier Trainingsbeschleuniger, auch über 500 und auch noch mal welche für fünf Minuten. Damit sollte ich auch soweit kommen. Ich glaube, es sind nicht ganz so viele, wie ich das letzte Mal hatte. Aber vielleicht kriege ich ja noch den Patriot-Boff vom Gouverneur. Mal gucken, ob ich da gut verhandeln kann. Und dann kann ich da vielleicht auch noch ein paar Punkte machen. Weiter gehen wir mit Fortgeschritten. Bei Krieg ist nichts Spannendes mit drin. Hier haben wir die Heldenfragmente. Die habe ich wirklich alle über die Falle über die letzten Monate erspielt. Also ganz fleißig, alle zwei Tage. Ein bisschen meine Zeit verschwendet, würde ich schon fast sagen. Also manchmal ist es ein bisschen langwierig. Aber hier habe ich jetzt über 1000 von diesen Helden-Ausrüstungsentwürfen. Die werden mich auch ordentlich nach vorne bringen. Der letzte Bereich ist noch bei Sonstiges. Hier finden wir noch die Heldenfragmente. Die habe ich auch alle gesammelt in verschiedenen Events. Da bin ich jetzt bei 340. Und zusätzlich können wir uns das mal anschauen. Unter Helden habe ich etliche Fragmente gesammelt. Ich habe sogar noch die von dem letzten State vs State Event. Also vom Oktober. Da habe ich nämlich hier diesen Teiler gewonnen. Und da habe ich immer noch über die 400 Fragmente hier liegen, die ich noch nicht benutzt habe. Die kommen auf jeden Fall mit dazu. Und dazu dann von Rays Dreh den neuen Held hier, Emma. Da habe ich ja vor kurzem auch ein Video zu gemacht, wie ich auf die 360 gekommen bin. Und da kommen dann auch noch mal die von Rays Dreh dazu. Dann habe ich hier wahrscheinlich so um die 500 Fragmente von Emma und Ellie. Und dann noch ein paar von den pinken. Ne, pink ist es ja gar nicht. Lila Fragmenten, um dann hier zum Beispiel den hier noch mit hochzuleveln. Der letzte Bereich ist die Kommandantenausrüstung. Hier habe ich etliche Abzeichen erspielt in den Hauptstadtkämpfen. Gucken wir mal rein. Oh, ist ja fies. Ich könnte fast sechs benutzen. Zwei fehlen mir noch hier. Hm, vielleicht kann ich die mir noch irgendwie spielen. Muss ich mal schauen. Und bei dem anderen Bereich, bei der Kommandantenausrüstung, habe ich mir auch ein paar Teile geholt. Hier müsste ich, wenn ich das mal durchgerechnet habe, sogar auch in dem lila Bereich landen. Also das gibt auch noch mal ein paar Punkte im Event. Das war's mit den gesammelten Sachen. Ich hoffe, ich komme damit in dem Event etwas weiter nach oben, wenn nicht sogar der erste Platz, denn ich möchte diese 400 Fragmente wieder abgreifen. Ich weiß natürlich nicht, wie in dem anderen Start die Leute drauf sind, ob da jemand noch länger gesammelt hat. Wir werden sehen. Ich halte euch auf dem Laufenden, wenn das Event durch ist. Lasst gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Sonst hören wir uns bei einem meiner nächsten Videos wieder. Bis dahin. Tschau.